Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MyTimeAtPorsche. Eine sehr, also für mich sehr kurze Aufnahmesession. Ihr bekommt wie immer nichts davon mit, dass ich gerade wieder tagesaktuell aufnehme und versuche daran zu arbeiten, dass keine Folgen ausfallen. Ach Gott, aktuell ist es ein bisschen stressig hier. Okay, ähm, wir nehmen das Kupferrohr auch mit. Für was brauchte ich denn das Kupferrohr nochmal? Brauchte ich die hierfür? Nee, doch, Kupferrohr. Drei Stück. Wo ist mein Kupferrohr? Zwei Stück. Wow. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Bei mir stellt sich ständig der Ton um. Ähm, dem versuche ich gerade aktuell entgegenzuwirken. Ähm, oh, ich habe Post. Ich habe Post. Hallo, vom Rathaus. G, komm mal auf einen Sprung herein. Ich habe einen Auftrag für dich, Bürgermeister Gail. Okay, von Isaac. Hi, ich bin ein alter Mann, der ist lieb, im Park 5 gewinnt zu spielen. Aber genau da liegt das Problem. Es gibt im Park keine Tische. Ich muss auf den Boden spielen. Also habe ich beschlossen, meinen eigenen herzustellen. Ich habe viele Werkstätten kontaktiert, um einen Steintisch und zwei Steinsitze in Auftrag zu geben. Aber keiner war der Auftrag lukrativ genug. Du bist meine einzige Hoffnung. Ja, selbstverständlich. Ähm, einen Steintisch und zwei... Einen Steintisch und zwei Steinhocker. Wenn man hinten im Hintergrund das Handy hört, es tut mir schrecklich leid. Ich bin nämlich eigentlich auf Arbeit. Und... Muss quasi das Handy auf laut lassen, falls ich angerufen werde. Genau. Das ist der Grund, warum er hinten dann immer so so... ...hört. Wir gehen mal zu Isaac. Und geben ihm die Sachen. Der arme alte Mann, nicht dass der... Ach, Gail, hi. Danke, dass du gekommen bist. Ich war in letzter Zeit sehr damit beschäftigt, die Identität unseres städtischen Diebes herauszufinden. Davon habe ich gehört. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Es ist so seltsam. Der Dieb stiehlt nichts von Wert, nur zufällige Dinge. Diese Idioten Hust und Tust zeigen sich hin und wieder. Aber die sind nur an wertvollen Sachen interessiert. Wir werden ihn kriegen. Wir werden ein nettes Völkchen, aber wir achten trotzdem unsere... Ach, wir sind ein nettes Völkchen, aber wir achten trotzdem unsere Gesetze. Jedenfalls, genug von diesem Dieb. Ich habe dich hergebeten, weil ich die Höhle auf der Bernsteininsel weiterentwickeln will. Die Höhle führte mal zu einer Ruine. Aber wegen eines Unfalls wurde der Eingang verschlossen. Das ist schon 40 Jahre her. Seither gibt es Gerüchte, es würde darin spugen. Aber das ist Quatsch. Aber ich denke, es wird Zeit, dass wir sie zu unserem Vorteil nutzen. Die Gruselhöhle von Portia klingt doch nett, oder nicht? Es gab irgendwo dort drinnen einen Stromgenerator. Ich beauftrage dich damit, ihn zu reparieren und mir ein wenig Saft zu versorgen. Arlo sagte, wir müssen eine auswechslbare Batterie installieren. Also geh und tu das. Danach soll einer der Hulu-Brüder den Laden auf Vordermann bringen. Ah, das wird eine tolle Touristenattraktion. Okay. Auswechslbare Batterie, okay. Ausgezeichnet, ich bin beeindruckt. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass es aufgestellt wird. Dann können wir ein paar Runden fünf Gewinn spielen. Jemand hat mein Lieblingsbuch gestohlen, während ich spazieren war. Das werde ich nie verzeihen. Okay, wir haben ein bisschen Beziehung mit ihm aufgebaut und wir haben ein bisschen Geld, glaube ich, auch bekommen. Schauen wir aber zurück, ob mein Rohr schon fertig ist. Und bauen damit den Grill fertig. Wenn ich einfach so angefangen habe, ne? Der hatte gar keinen tieferen Sinn. Ah, ja, sie ist fertig. Na, guck mal da. Ähm, I need a roher. I need a apple. Apple roher. Äh, ich bin ein bisschen doof. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich den... So, Mann, das habe ich doch vorhin gerade gedrückt. Was ist das denn? Das ist auch Holz. Hier. Hier. Äh, Holz ziehen. Yay, zurückholen. Sonderer Gegenstand, Grill. Wir haben einen Grill, meine Freunde. Wir haben einen Grill. Äh, wo ist er denn? Grill? Hallo? Grill? Ach, da. So. Ich packe den Grill mal nach... Keine Ahnung. Dahin. Da, wo vorher die Dinger lagen, kann ich jetzt den... fertigen. Was kann ich denn hier? Katzen, Jaus und Fleisch und Salz. Uh. Okay, wir haben auf jeden Fall den Grill. Ich muss jetzt hier eine... Da. Ein Steinofen habe ich schon, Schleifmaschine habe ich schon, Steinofmaschine, Textilmaschine habe ich, habe ich, habe ich. TÜV-TÜV-Transporter habe ich halt noch nicht. Die Grill habe ich jetzt, den Wassertank noch nicht. Da brauche ich aber die auswechselbare Batterie. Äh. Achso, auswählen so. Genau. Ähm, Federn. Federn mache ich wahrscheinlich hier, oder? Ne. Federn mache ich wahrscheinlich hier, oder? Nein. Machen wir hier? Brossebarren. Ja, gut, okay. Nee. Ja, gut, Kupferbahnen werden hier noch gefertigt. Ähm. Was brauche ich nochmal? Wo mache ich denn Federn? Dies wurde erst in den verlassenen Rünen 2 gefunden. Ah. Habe ich da Federn? Nee, aber ich habe Energiesteine, die ich brauche. Aber ich habe auch die verlassenen Rünen 2 noch gar nicht. Energiestein. Energiesteine habe ich. Marmor 3. Marmor 3. Habe ich Marmor 3? Marmor. Schaut nicht so aus, ne? Ja, gucke mal da, was ich da habe. Fleisch. Damit kann ich da hinten was herstellen. Also was grillen. Ach nee, ich brauche Salz. Aber ich kann ja mal auftanken. Ach, Kacke. Ich habe kein Salz. Da habe ich leider keine Ahnung, wie man Salz herstellt. Ähm. Kürbis-Torte. Oh, geil, Mann. Ich habe voll Hunger. Äh. Das ist leider auch saft. Das ist auch alles Essen, ey. Ähm. Was wollte ich? Weiß nicht mehr, was ich wollte. Ähm. Marmor. Meine Güte. Äh. Marmor. Wo habe ich denn nochmal Marmor gefunden? Wann ist das? Das waren doch relativ große Steine, oder? Die habe ich drüben auf der anderen Insel gefunden, ne? Hier konnte man nochmal sprinten. So. Da war doch Marmor mit dabei, oder? Oder nee, die konnte ich alle gar nicht abhauen, ne? Weil die zu groß waren. Na, die ist ja immer noch verschlossen. Brauche eine bessere Spitzhacke. Brauche eine bessere Spitzhacke. Okay, dann waren das nicht die hier, dann waren das woanders. Ich bin Sherlock Holmes. Des, äh. Marmor-Findens. So. Aber wo habe ich die denn abgebaut? Hier muss es doch irgendwo einen Stein geben, auf den ich drauf rumklöppeln kann. Ach, da hinten. Wenn meine Spitzhacke gut genug ist, dafür. Guten Tag, Adit. Da, das sieht doch nach... Yay. Kann ich nicht einfach gedrückt halten? Ja, doch, ich kann hier gedrückt halten. Okay, alles klar. Sand, Marmor, Stein, schön. Ich brauche eine bessere Spitzhacke. Das ist nicht schön. Aber den da kann ich kaputt machen. Sehr gut. Uh, hier sind ja richtig viele. Brauche eine bessere Spitzhacke. Okay. Also ich kann nur die kleinen, wirklich grauen kaputt machen. Die großen, ein bisschen brauneren. Noch nicht. Damit kann ich leben. Ich weiß gar nicht, wie viel Marmor wir brauchen, um diese vier Marmorplatten daherzustellen. Aber ich sammle einfach mal. Mein Bauch knurrt gleich. Ich hatte noch nichts zu essen heute. Zu meiner Verteidigung. Und ich habe echt Hunger. Aber ich glaube, ich taue mir jetzt dann gleich wieder was aus der Tiefkühltrube auf. Was noch drin liegt. An längst vergessenem Essen. Was ich mal gekocht habe. Und übrig geblieben ist. So. Ach. Ich wollte rennen. Es ist ja gut, dass die Funktion zurzeit nicht verfügbar ist. Ich wollte eigentlich nur rennen. Steigt unsere Ausdauer steigt schon auch mal, ne? Hui. Wie viel Marmor brauche ich? Drei. Okay. Drei Marmor. Fertigen. Marmor-Diele. Eins, zwei, drei. Ich brauche halt jetzt die Feder. Keine Ahnung, wo ich die... Und was baue ich noch? Bronze Barren. Ja gut, das dauert halt noch vier Stunden. Wie gesagt, da gibt es halt keine Feder. Die Federn findet man. Ne? Teetisch. Ach so. Den weiß ich nicht. Weil ich noch kein Eisen habe. Aber ich könnte mal hoch noch in die Mine gehen. In der Hoffnung. Ich habe da noch Geld für. Wann habe ich hier eigentlich... Ach so. Das sind die... Die Trainingsleute. Ist das die Höhle? Aber dann Druin. Jawohl. Okay. Ich weiß halt die Steuerung schon wieder nicht. Von diesen blöden Ruinen. Er hat's Lager. Lol. Ähm. So ging es schon mal nicht. Ach so. Hier. Okay. Da Kupfer. Oh lol. Da ist ein Loch. Da war ich schon mal. Ist ja lustig. Hier war ich anscheinend auch schon mal. Okay. Wie mache ich denn? Ah. Was haben wir denn hier? Ne. Ähm. Kann ich das? Ah. Jetzt. Jetzt. Was bist du denn? Das ist so ein Riesending. Oh. Okay. Ja gut. Hups. Kann ja mal passieren. Ist hier... Aha. Ach so. Warte. Muss ich ausmachen? Und dann geht's ab nach unten hier. Ich brauche Federn. Ich glaube zwei Stück, ne? Wäre natürlich viel cooler, wenn man die Federn einfach herstellen könnte. Aber na gut. Alte Teile und eine Datendisk. Na okay. Da, das ist relativ nah. Gehen wir doch mal hier hin. Alte Sprechanlage Teil 3. Okay. Da hier ist nochmal was. Neues Relikt, komisches Glasgefäß. Okay. Ich habe ein neues Relikt gefunden. Da ist 7,5. Ach so. Halt. Ich muss da erst raus. Ein kleiner Motor. Okay. Ich brauche Federn. Leute. Federn. Kann man das eigentlich irgendwann auch leer machen? Warte, Thermoskanne Teil 2. Okay. Wir haben noch einen Haufen Sportpunkte. Ah, kleine Uhr, Datendissen. Da unten ist was. Da komme ich nicht. Irrsad. Genau hier runter. Eine Feder? Brillenglas. Willst du mich verarschen? Oh. 14, irgendwas. Weil, dass ich hier auch kein Eisenerst kriege, ne? Nirgendwo. Aber das ist wahrscheinlich auch die andere Höhle, in die wir müssen. Da ein verlassener Raum. Vielleicht kriege ich da. Federn. Federn, 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 Federn. Äh, ich bräuchte mein Schwert. Ein Lahmschleim. 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 Da war noch einer. Hallo, Lahmschleim. Hämschleim. Hämschleim. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Da hinten ist eine Truhe. Zauberwürfel. Wow, echt? Ich kriege hier ein Rubik's Cube. Aua. Den wollte ich gar nicht... Hallo. Ach, da oben ist noch eine. Ich denke, wir haben doch eine Kiste, ist aber ein bisschen wenig, ne? Sind sie denn jetzt so geizig? Was haben wir hier? Golds. Das ist auch nicht unbedingt das, was ich wollte. Brauch Federn. Aber hier gibt es jetzt auch nichts mehr, ne? Das ist ein alter Briefkasten. Wir beenden das mal. Find ich immer noch lustig, dass da beenden steht. Na gut. Ach so, ja, das ist der Raum, wo wir gerade sind. Ähm. Mission, ne. Karte. Jetzt. Ne. Nein. Verdammte Axt. Ah, jetzt. Es ist vierig. So. Dann gehen wir mal da raus. Wir haben uns jetzt keine Feder gefunden. Ah, das ist auch zu Ruine 2, aber... Ruine 2, aber... Ah. Aber komme ich in Ruine 2 erst nicht rein, wenn ich die anderen zwei... Also die anderen... Also die anderen... Einen von den anderen dreien besiegt habe. Da war doch was. Naja, auf jeden Fall ist hier mein Marmor fertig. Hier ist das fertig. Dann kann ich jetzt nämlich die... Scheiße, was war es? Bronze oder Kupfer? Bronze. Acht Bronze barren. Acht Bronze. Fünf, sechs, sieben, acht. Kann ich die jetzt nämlich fertigen und den Marmor kann ich... ...da unten reinlegen? Nee. Nee. Marmor. Da haben wir... Ich habe ihn doch ausgewählt. Bist du mich verarschen? Ach, das ist eine Marmor-Diele. Scheiße, sag jetzt nicht. Ich habe das... Oh, nicht dein Ernst. Ich hätte den einfach nur suchen müssen. Oh, wow. Na gut, das habe ich halt die Marmor-Diele. So, dann halt. Okay. Sag ja, die Federn ist halt noch so ein Ding. Handbuch. Ich lasse den Ruinen zwei. Ah, dafür muss ich die anderen erst besiegen. Dafür bräuchte ich aber ein... Oh, Stacheln. Habe ich nicht Stacheln? In den Kisten. Okay, nee. Dann suche ich beim nächsten Mal Stacheln und dann machen wir uns ein besseres Schwert. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen und ich beende die Folge wieder. und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann am Tag 21 vom Monat 1 des Jahr 1 wieder bei der nächsten Folge. Bye, bye.